Gernzeit 2022 Ja, grüße, grüße, Radu, du bist genial Hallöchen, schön gemacht Ja, die ganze Zeit muss er grinsen, so schön werde ich das nicht hinkriegen Das Schlimme ist, ich habe jetzt die ganze Zeit die Kamera laufen, also ich schaue wahrscheinlich gerade super dumm aus, weil das hat mich selber überrascht Das war wirklich gut, muss ich sagen Ja, cool So, jetzt müssen wir aber auch abliefern, Leute Okay, ich bin da mit raus Ja, Radu, erklär doch die Einstellung gleich Ne, da bin ich nicht so firmenbitt, das dürft ihr machen Ihr Sonderprofis von diesem Spiel Dann finde ich, sollte China die Einstellung erklären Ich habe jetzt befürchtet Ja, okay, gut, dann gucken wir mal Wir haben uns dann natürlich so ein paar Gedanken gemacht, wie wir das Ganze aufbauen Ich kann jetzt, da ich nicht der Host bin, sondern der gute Dr. Wolfs jetzt nicht so ein bisschen hin und her klicken Um das Ganze doch mal andere Optionen zu zeigen Darum nehme ich die Werte, wie sie hier sind Also wir haben eine große Galaxie, wir dachten uns, ja 600 ist zwar schön an Sternen, aber so ein paar mehr wären schön Da können wir uns das allgemein gleichmäßig aufteilen Wir haben uns aufgeeinigt, die Galaxie als elliptisch zu nehmen, weil die Spiralvarianten, die haben so ein bisschen Probleme mit Ja, man kann sich da eventuell einbauen lassen Mit etwas Pech Wir sind feige, wir haben keine KIs mit Startvorteilen Die sind nämlich ziemlich heftig Drei Und das wäre dann durchaus eine recht große Gefahr Wir haben gesagt, okay, wir sind noch nicht so erfahren Zumindest behaupten das drei von sich Also ein Marodeurreich Die weiteren Einstellungen sind alle normal geblieben Wie wir uns das Spiel vorgegeben, hat nichts besonderes Es gibt primitive Zivilisationen, die wir ausrotten oder ihnen auf den Weg zu den Sternen helfen können Irgendwann im Spiel wird es zu einer Krise kommen Standardeinstellung, ich glaube, du hast nichts geändert, oder Wolf? 1,25 Ich hoffe, dass es der Standardwert ist Ich habe da nichts dran gedreht Wir wissen nicht, was es für eine Krise gibt Und ich kenne aus früheren Spielen eher so aus dem Klappentext ein paar mögliche Krisen Es sind ein paar sehr interessante dabei Und die meisten breiten sich dann gut aus und machen die Galaxie fertig Vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam Und nicht gegeneinander gegen diese Krise vorzugehen Falls wir sie hier sehen werden Ach, dann muss man sich zusammenrotten? Es wäre eventuell angebracht, das zu machen, weil es ist wirklich ziemlich stark Also in deinen Probespielen, was da gegen dich ankam, war lächerlich Okay Du darfst es aber nicht weggehen, du musst mitmachen Ich komme eh nicht ins Endgame Deswegen kein Thema, aber Wir haben ungefähr 100 Ingame-Jahre Zeit uns vorzubereiten Aufs Midgame, wo wir dann langsam die Events ein bisschen interessanter und schwerer werden Bevor dann ab 200 Ingame-Jahren irgendwann die Krise ausbrechen kann Es heißt nicht, dass bei 2400 Schlag die Krise losgeht Sie kann auch 2480 losgehen Kann dir auch 2300 irgendwas losgehen? Nein Sehr gut Beziehungsweise es gäbe vielleicht eine Möglichkeit, wenn du zur Krise wirst Ja, das weiß ich Wenn man das schafft, dann kann man höchstens die Krise haben, aber nicht dazu werden Nein, 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 das habe ich schon ausprobiert in meinem Probespiel Wir sind bloß Skipper Das heißt, wir spielen auf einem sehr durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad Aus meiner persönlichen Erfahrung reicht das so im Üblichen aus, um Spaß zu haben Es gibt Masochisten, davon ist glaube ich keiner unter uns Die spielen auf den höchsten Schwierigkeitsgraden Da überlebe ich vermutlich keine 50 Ingame-Jahre Und dabei bist du der Erfahrenste von uns Ja, und selbst ich habe in unseren Proben gesagt, das kenne ich noch gar nicht Ja, das stimmt Dementsprechend skaliert die KI auch nicht mit Ansonsten würde sie vermutlich, obwohl wir oben gesagt haben, sie hat keine Boni Keine Startvorteile noch Boni obendrauf bekommen Bis sie dann irgendwann zum Endgame hin richtig fette Boni bekommt Aber es wurde versprochen, dass die KI besser geworden ist in Overlord Das hört sich nicht gut an Ja, ich habe ja jetzt schon Probleme Lass uns runter auf Kadett Du kannst das Ganze ändern Nein, 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 lass uns jetzt, Skipper ist doch gut Ja, in unseren Probespielen haben wir festgestellt, dass Wenn wir so ein bisschen zusammengekrummt sind, ist das vielleicht ein bisschen langweilig Also haben wir gesagt, okay, wir versuchen mit verteilten Spielern, dass wir so einigermaßen Gleichmäßig in der Galaxie verteilt sind Und auf meinen Forscherkind haben wir die Hyperraumhutendichte ein wenig verringert, damit es nicht ganz so viele Möglichkeiten gibt, sich auszubreiten und bessere Möglichkeiten da sind, um gewisse engen Stellen auszunutzen Damit der Feind eventuell aufgehalten werden kann Also, Parado Genau Wieso werde ich jetzt so ein Feind gekürt Du bist ein Kriegstreiber, das weiß ich nicht Interessant wird zu sehen, ob wir irgendwelche Xenophoben unter uns haben Denn es gibt die Möglichkeit, die Xenokompatibilität auszunutzen, mit der man bessere Mischvölker heranzüchten kann Das heißt, kannst du mir das erklären? Es gibt im Spiel dann Ja, okay, im Spiel Das kannst du auch selber nachgucken, es gibt einen Aufstiegsvorteil der Xenokompatibilität Okay Da kannst du es genau nachlesen Ich glaube, ich bin Xenophob Ja, dann wirst du diesen Vorteil schon noch nicht auswählen Ja, und es gibt Dann werde ich ihn nicht auswählen Es gibt seit einem der letzten DLCs sogenannte Reisen Das ist ein Sternenvolk, was in Schiffen unterwegs ist, mit dem man handeln und ein bisschen Glücksspiel betreiben kann Okay Aber das war's Start! Ja, wir sind bereit Start, 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 Stern Ich drücke ja schon Ja, also, äh, Schena heißt das jetzt, ich werde ihn auswählen oder ich werde ihn nicht auswählen Wenn du Xenophob bist, wirst du nicht auswählen, weil du willst ja jetzt auswählen Nee, dann bin... Ich will dich alle ausrotten, ich bin Pazifist Ja, sicher Hier muss jemand Start drücken Ja, jetzt ist grad erst bereit geworden Ich kann auf Start drücken, äh, wir lassen am Anfang noch kurz auf Pause, oder? Ja, ja, für den Jahr Aber jeder mal bisschen rumgucken kann Vor allem, selbst ich kenn die neuen Interfaces nicht Und was man vielleicht auch noch sagen muss, da wir jetzt zwar pausiert haben, aber im Spiel kann es zu ziemlich vielen Events gleichzeitig kommen Ihr werdet alle vorsichtig nach die Videos pausieren müssen, in den meisten Fällen Wir können selbst gar nicht alles lesen Ja, sollen wir pausieren? Nee, oder? Äh, so oft wie wir dann pausieren müssen, das geht einfach nicht Okay Nein, also, wir haben uns ja geeinigt, dass wir, äh, pausieren können Also wenn jetzt die Ereignisse grad über den Kopf wachsen, dann drückt der einfach auf die Pause, das sehen wir dann ja alle Und wir spielen auf langsam, oder? Genau, auf langsam, das kann ich ja schon mal einstellen, damit das nicht gleich los rennt, wie sonst noch was Äh, nee, ich kann's noch nicht einstellen, geht gleich erst Möchte jemand für, jeder für sich den Text hier vorlesen, oder lass mal den rüberhüpfen Den hab ich schon ausgeblendet, ich bin schon weiter Ich hab ihn auch schon weggeklickt, also Hat sich schnell erledigt So, ich klick euch trotzdem mal weg, ich hab das erste Event anscheinend direkt Genau, also ich mute euch jetzt auch mal alle, weil ich muss natürlich noch ein bisschen was erklären hier Ja Ja Ja, dann sind wir also alleine, Rado Ja, sind wir alleine, ich werd nicht so viel Mieten Ich hab da nicht so viel im Hintergrund zu erzählen Äh, du redest also nicht so viel Ja, also ich werde effektiv wieder meine Starteinstellungen vornehmen Und die zum Beispiel ein Forschungsschiff schon mal in irgendeine Richtung losschicken Hab ich auch gerade gemacht Ja, Konstruktionsschiff, äh, äh, ich hab zwei mögliche Minen, das ist sehr interessant Also wie immer zuerst, da ist die Energie Und jetzt mal die Richtlinie hier einstellen Äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b alles aufmachen So, diplomatische Haltung lassen wir so Ich hab extra die Regierung gewählt Ähm, ich denke ich gehe auf die Kriegsart Äh, Unterwerfungskriegbedingungen, das ist mir neu Ach, okay, weil das mit den neuen Untertanen zu tun hat Ja, das war ja ein großes, ist ein großes Thema, ne? Ja, es ist halt eine neue Richtlinie, dementsprechend die kann ich halt noch nicht So, äh, ja, das lassen wir mal gestattet Den Erstkontakt stellen wir mal darauf um Grenzen lassen wir mal so Ich hätte gerne gemischte Wirtschaft Ja, Roboterarbeiter muss sich erlauben Das war auch so Ja, das ist mal auch so Und Säuberung schalten wir aus So, ich bin wieder da Da ist er zurück Ja, ich muss jetzt schnell alles einstellen bei mir Ähm, sagt, 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 wir gehen überall Hä? Ich fange direkt mit der lila Forschung an Aber wir gehen erstmal in direkter Forschung überan Äh, ich hab direkt ein Event, weil ich spiel doch dieses neue Diesen neuen Ursprung und ich hab quasi Lehrer Ja, der gehört dazu Ja, genau, genau, deswegen Hab ich so erklärt, hab ich so erklärt Aber dann fangen wir mal an, okay, hier Was haben wir denn hier alles? Also ich kann jetzt schon ankommen, dass sich irgendwann bei mir die UI verändern wird Aber noch ist der Mod nicht verfügbar Ja klar, das wird jetzt auch ein bisschen dauern, ne? Nö, die sind eigentlich relativ fix Das meiste ist ja gleich Es gibt halt einige Sachen, die sind verändert worden oder neu Und die müssen angepasst werden, wie halt zum Beispiel die Sachen mit den Untertanen So, mach meine Schiffe einstellen Äh, nein, keine automatischen Designs Bisschen beim inneren Monk nachgehen Äh, ich habe den Hintergrund gewählt Also nehme ich die Waffen entsprechend So Ja, okay Ja, ich, ich, das ist dann tatsächlich Ich, ich, ich mach da so ganz klein bisschen Rollenspiel Auch, auch im Privat, wenn ich allein bin und sage, okay Äh, das Volk, äh, vorzugt eher die physischen Waffen oder die elektrischen Waffen Zumindest bei den, äh, geschütztürmen Auch, auch, auch zum Teil denn bei Schild und Panzerungsverteilung Das ist ja so Kleinigkeiten Aber die dem Volk so ein bisschen eigene Identität geben sollen Ja, finde ich cool Ja, im Großen und Ganzen Da ist ja nicht so ganz so tief drin Aber Ja, im Großen und Ganzen Das ist auch gemischt Aber es ist halt so eine leichte, leichte Tendenz Zum Beispiel zu mehr Laserkanonen Und anderen Energiewaffen Wie die Plasmawerfern und so weiter und so fort Das ist ja nichts Gigantisches Abbau Ja, das ist ja auch häufig so Wenn es, wenn man über Völker spricht Dass man dann sagt, ja, wir haben eine leichte Tendenz zu Laser Ja, das kommt, glaube ich, aus dem ganz frühen Stellaris Wo man sich ja ausgewählt hat Okay, welche Art von Antrieb hat man Und welche Art von Waffen hat man So, also von mir aus könnte es losgehen Ich weiß jetzt nicht, wie die Situation bei Ja, Dagnar und Dr. Voicehead sind ja beide gerade gemutet Ja, also Dagnar hört uns zumindest Aber ich höre euch Aber ich höre euch Die sind im Diplomatie-Raum quasi Ich hab, ne, ich hab meine, ähm Meine Flotten grad schon eingestellt Und hab, äh, wollte einfach nicht, dass ihr alles hört Der ist ja völlig in Ordnung Wir werden's sehen Wir werden's spüren, glaub ich Ach, du bist der Kriegstreiber Ich bin, ich bin Pazifist Kannst du gerne weiter so predigen Ich heiße sogar so Ich heiße sogar so Das mag sein Also ich bin, ich bin auch soweit Ich bin auch soweit Gib mir noch einen kleinen Moment Ich möchte noch eben kurz was einstellen Denn, äh, ich bin, äh Ich hab mir so ein paar Notizen gemacht, die ich unbedingt, äh Wo ich unbedingt dran denken muss Und das wollte ich eben noch, äh Kannst du die mal vorlesen? Ja, äh, äh Also ich kann euch natürlich sagen, dass ich jetzt gerade so ein bisschen Handel einstelle Weil ich so ein paar Ressourcen einfach gerne, äh, auf Vorrat hätte Ach, ach, du machst einen automatischen Handel, ja? Ja, genau, so einen automatischen Handel pro Monat Mhm Danke für die Erinnerung So fang ich tatsächlich auch immer ein bisschen an Ja, guck, das war ja klar Dass wenn ich das jetzt sage Dass dann irgendjemand anderes gleich auf den Zug aufspringen Und dann so tut, als würde er das sowieso gemacht haben Ich, ich mach sowas nicht Nein, 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 natürlich nicht Nee, nee, ich, ich mag die nicht Ehrlich nicht? Also ich würde erst mal, also Ich hab das bisher in unseren Testspielen auch so gemacht Dass ich immer erst mal geschaut hab, wie entwickelt sich das bei mir überhaupt Bevor ich, weil sonst weiß ich ja nicht, wovon ich zu viel Oder wovon ich zu wenig hab Ja, das stimmt, aber man sieht ja oben anfangs schon die Zahlen Und da kann man ja schon so ein bisschen draus anziehen Das ist, das ist grundsätzlich richtig, das stimmt, ja Also ich kann ja sagen, ich hab zum Beispiel ziemlich viel Essen über jetzt einfach Und, äh, das kann ich einfach verkaufen für Credits und davon kaufe ich mir ein paar Sachen Wo ich halt nicht so viel am Anfang von hab, das ist, ja Tatsächlich mach ich das gleiche Ich hab zum Beispiel eingestellt, dass ich am Anfang jeder Runde kaufe ich mir 50 Materialien dazu Das heißt, das Geld geht auch gleich runter Aber ich will, ja, ja, ich will relativ schnell zum Beispiel auf, ähm, eine Floppe hochziehen Ja, das außerdem Das kostet, macht man vor allen Dingen mit Mineralien, ja Mhm Du Profi So Ich hab nie behauptet, ein Profi zu sein So kommt Leute, lasst uns hier nicht lange quatschen oder was, äh, ich mach jetzt die Pause raus Einverstanden Ja, okay Mach, 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 mach Ist auch schon auf langsam Wir können auch sagen Jawohl Es geht los Ich sehe sie schon Ja, ich hab direkt die erste Sache vergessen, nämlich das Forschungsschiff loszuschicken Jetzt hast du ganz wertvolle, äh, 1,2 Sekunden verloren Ja, das Genau Ja, ja, das sind die Wissenschaftler sind in der Galaxie bereits abgeschlagen Genau Ja, der ist schon eingesperrt und weiß es noch gar nicht Ja Vermutlich hast du noch gar kein zweites Schiff in Auftrag gegeben Ah, ich könnte mal in der Galaxie gucken, wo ich platziert bin Ah, ja Muss ich jetzt euch nicht verraten, aber ihr könntet es sehen Hä? Ich sehe übrigens drei Punkte in der Galaxie schon Sorry Leute, ich muss direkt mal pausieren, weil bei meinen Handelseinstellungen Das habe ich vorher auch noch nie erlebt, dass der monatliche Handelspreis zu hoch oder niedrig ist Was, was ist, haben die da was geändert? Wir müssen natürlich schon davon ausgehen, dass mit Overlord jetzt ein paar Änderungen da sind Und dass meine Strategie jetzt vielleicht gar nicht mehr passt Also ich lass, ähm, ich lass bei Preis das automatische quasi das, was drinsteht Ich mach keinen Kaufpreis rein Ja, ich auch Ich auch, deswegen bin ich auch so irritiert, dass er jetzt meckert Das ist, weil ihr beide dasselbe verkauft und dasselbe kaufen wollt Dadurch macht ihr euch so Konkurrenz, dass die Preise schon verschoben sind Äh, nee, äh, Wolf, 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 der Handel funktioniert trotzdem Was du vielleicht meinst, ist jetzt nur, dass du, ähm, wahrscheinlich Minus bei den Credits machst, oder? Äh, nee Also ich hab trotzdem, ich mach trotzdem meine, ähm, 50 Mineralien, die ich eingestellt habe Ja, ja, das, äh, ja, das, tatsächlich ist das so Vielleicht liegt es wirklich an den Credits, das könnte natürlich sein Ähm, ich geh hier einfach nochmal bisschen runter Also ich hab nämlich keinen maximalen Kaufpreis festgelegt Okay Ja, vielleicht ist es auch das, weil er sagt ja, ähm, wir kaufen zu hoch quasi Ja, genau, okay Ja, dann, äh, lass ich's weiterlaufen Sorry, Leute Aber das hat mich jetzt völlig aus dem Konzept geworfen Das hab ich nämlich noch nie gesehen Ja, kann ja gut sein, dass das, äh, eine Overlord-Geschichte ist, ne? Zahlen passen auf jeden Fall gut hier Da müsste gleich hochspringen Super Und der Erkunder fliegt auch Toll Ja, wir waren alle ganz aufgeregt, äh, so kann ich ja sagen Ach, überhaupt nicht Und haben uns auch super gefreut Wir haben so ein, zwei Probepartien gespielt, aber immer noch ein bisschen Und, äh, wir haben auch unterschiedliche Erfahrungs, äh, Level tatsächlich Also ich würde sagen, dass ich hier noch derjenige bin, der am wenigsten Erfahrung hat Und wahrscheinlich auch, äh, die meiste Hilfe braucht Ähm, meine Spielzeit ist irgendwie 70 Stunden in Stellaris Und wenn man dann bei China guckt, ne? Wie viel hast du nochmal? Lass mich mal kurz reingucken Library Hufskolder Stellaris Ähm, also momentan sagt er mir 1,3, äh, 355.1 Stunden Ja, 1300, also Wahnsinn Man muss dazu sagen, dass massenhaft, äh, gemordet gespielt wurde Outmire identified Das, äh, gibt den ganzen eine gewisse Relation, weil ich halt, äh, teilweise allein oben die Leiste an möglichen Sachen, äh, die ist mal gerne mit doppelt so vielen belegt An Ressourcen Hm Also das ist heftig Also mir fehlen da halt viele Sachen, äh, oder Ja, ich, ich erwarte Sachen Und die sind einfach nicht ganz so Das Balancing zum Beispiel Und Overlock kommt jetzt noch hinzu Viele Sachen verändert worden Ja, definitiv Also ich schau jetzt übrigens mal, ähm, ich würd dir da schon den Titel auch streitig machen wollen Oh Weil ich bin bei 28,6 Stunden Spielzeit Oh, wow, okay Das hätt ich nicht gedacht, ich dachte, du hättest mehr Erfahrung auch Nee, nee, also ich bin da auch ziemlich blank Und ich hab mir nicht mal einen Zettel gemacht Äh, wundert mich, Rado, dass du tatsächlich so wenig Stunden hast, weil wir haben doch am Anfang immer ein bisschen zusammengespielt Ja, aber nicht so viel Also ich mein, fast 30 Stunden ist auch viel Lebenszeit So ist es ja nicht, aber Natürlich nicht annähernd so viel wie die Zahlen, die wir gerade gehört haben Ja, es ist halt so ein Spiel, wo ich viel Zeit reinstecken Aber wie gesagt, äh, mit heftigen Bots zum Teil Wo ich ja sag, okay, äh, ja, was Wenn ich mir so Sternbasen angucke und wie man die ausbauen kann mit, ja, sechs Modulen und vier Gebäuden Da fang ich bei einigen Mods an, freigeschaltet Oder mit einigen Mod-Kombinationen Wahnsinn Es gibt ja auch ein paar richtig coole Mods, ne? Also, das muss man schon sagen, also Eine riesige Star Trek Mod, eine riesige Star Wars Mod, da kannst du, kannst ja alleine nochmal hunderte von Stunden drin versenken Ja, also die Mods, die ich normalerweise spiele, sind halt keine Total Conversions Das heißt, sie sind mit dem Vanilla-Game konform Halt ausgebaut, enorm ausgebaut Aber die beiden Mods, die du eben genannt hast, die hab ich mir auch angeguckt Ähm Gebt mir Zeit, damit ich's mir angucken kann Ich war davon komplett verloren Man braucht eigentlich zwei Leben, ne? Ja Dann könnte man alles spielen, was man so spielen will Ja, das stimmt allerdings, man bräuchte aber, naja Oh, ich hab nicht genug Mineralien Es gibt ja einen Markt Vollständig erkundet, das hört man doch gerne, oder? Das kommt drauf an Ich hab jetzt schon den Eindruck, irgendwas Wichtiges vergessen zu haben, aber im Moment wartet man ja auch viel, das ist, das drückt dann so Man denkt irgendwie, man... Ne, aber ich glaube, ich hab irgendwas vergessen Möchte übrigens nur mal ganz vorsichtig einschmeißen, äh, wenn sich jetzt jemand wundert, wie lange fangen wir hier spielen Ja, das kommt am Anfang tatsächlich einem wirklich so vor, aber es wird sich ganz schnell wieder ändern Ja, das glaub ich auch, ja Ja, das ist jetzt, das ist nicht Seven Days to Die, hier passiert nicht jede Sekunde was, das baut sich hier auf, ne? Wir haben hier, wir haben hier eher ein gemütliches, äh, Gameplay und, ja, mit hektischen Momenten Also ich weiß, wieviel ich im Singleplayer auf die Pausentaste drücke Unser langweiliges Geschwafle soll euch dann überzeugen, hier trotzdem zu gucken, auch wenn's, äh, auch wenn das Spiel gerade, äh, nicht so viel zeigt Ich hab die Gamma-Manage entdeckt, äh, Aliens Jetzt schon? Wahrscheinlich sind das ja eh nur Händler oder sowas Ja, oder sind zwei Millionen ausgelöscht Das sind, ja, genau, irgendwie so Assimilatoren, hä, direkt platt gemacht Genau, also übrigens, an die Zuschauer, die mich und auch Dragnar kennen, ähm, ich werd dann auf Twitter, glaub ich, so ne Art Wetttafel, ähm, für Dragnars ersten Ragequit veröffentlichen Da könnt ihr dann gerne eure Wetten dalassen Als wenn ich Ragequitten würde Ist richtig Hat noch nie jemand von gehört Was, was für eine Construction ist denn jetzt kapiert? Ah ja Marker Outlier identified Ergbaustation Ergbaustation, Forschungsstation Äh, ja Äh, ja Ja, ja Irgendwie sowas war So, also, äh, bei mir läuft's gut Meine erste Zehntausender Flotte ist auf dem Weg zu Rado Du weißt ja nicht mal wo ich bin Du weißt ja nicht mal wo ich bin Was denkst du? Ich habe künftig ein Ichs gefunden Bei mir kommt die Meldung aussterben Äh, äh, kam bei mir auch Wenn ich ganz, 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 ganz viel Pech habe, ist das weil tatsächlich schon die erste KI hier steht, äh, ich glaube hier steht eine Sternenbasis rum Ja, aber ist das Pech oder ist das Glück? Ah ne, das sind die Kristallvieh Wieso, ich habe die mal gemütet Kurz, äh, also seht hier das zerstörte Quantenkatapult Das gehört zum Ursprung meiner Spezies Das ist ein neuer Teil aus dem Overlord Dealsie Wenn man das repariert hat, wofür es hier die Forschung auch gibt Es ist ein Quantenkatapult Und es ist sehr schön, komplett erforscht Warum hier mal eine Sternenbasis, wenn er mich lässt, ja Äh, damit kann man seine Flotte, wenn man will, über die gesamte Galaxis verschießen Das Problem ist, dass umso weiter man den Zielpunkt entfernt, umso ungenauer wird es Aber man kann mit entsprechender Forschung das Ganze noch verbessern und, wie gesagt, die Galaxis gut durchqueren In den letzten zwei Wochen und nur Early Game Also, ich habe noch nie das Mid-Game in diesem Spiel gesehen nach 180 Spielstunden Ich bin mal sehr gespannt Ach, das Mid-Game wird doch eh überbewertet Keine Ahnung, ich kenne es ja nicht Ich kenne es ja nicht So, alle Schiffe sind beschäftigt Das ist immer gut Ein Gamma-Drakonis ist ein System bei mir Wo schicken wir dich, Mann? Wo geht's? Das Schiff jetzt da hinschicken Was haben wir hier? Das geht mir jetzt schon ein bisschen langsam Wir hauen uns das nächste Mal hier Forschungsschiffe mal rein Ich schau da, da Wolfsherz schweigt, der redet mit seinen Zuschauern ohne uns Der macht Angriffspläne gegen Radu, glaube ich Vielleicht hat er auch bloß vergessen, dass er sich gemütet hat Das wäre lustig Ja, sorry Leute, ich habe mich gemütet und ich habe es vergessen Ja, cool Da hätte ich ja auch reden können Ich war die ganze Zeit extra still, um euch nicht reinzupatschen In unser wichtiges Gespräch wolltest du nicht reinkatschen, ne? Ja, genau Ich wollte eigentlich gerade einen Forscher austauschen auf dem Forschungsschiff Aber habe dann gesehen, dass der schon auf dem anderen Forschungsschiff ist Deswegen ist das auch wieder Bullshit Ships, aufs Geld Ich glaube, ich habe doch direkt eine KI neben mir sitzen Also wirklich direkt Du hast immer ein Glück Du bist nicht alleine Ja, also ehrlich gesagt Habe ich da kein Bock drauf Mark your outlier identified Wer will auch schon alleine sein Ja, das muss ja nichts Schlechtes sein, per se Vielleicht hast du da ja total so ganz nette Xenophile Ja, Typen, die dir auch noch entgegenkommen Können ja auch richtige Fischliebhaber sein, ne? Oder so freundliche Typen wie in dem einen Testspiel Mhm Genau So, ich muss mal kurz noch vorlesen Uns jetzt oder seinen Zuschauern? Offensichtlich seinen Zuschauern So, enigmatische Raumfahrer Oh, wir haben auch schon einen Erstkontakt Ja, nicht schlecht, das geht aber wirklich flott bei euch Pfingse, so, da muss ich jetzt direkt mal eben reingucken Wo die sind, die sind nirgendwo, wo sind die? Ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich euch das jetzt kundtun möchte, was ich gerade Ne, will ich eigentlich nicht So, was ich euch kundtun kann, ist, dass mir jetzt nur noch drei Konsumbegüter fehlen, damit ich mein erstes Kolonieschiff losschicken kann Und ob das heil ankommt Also das fährt jetzt los Heißt natürlich Rado Prime 1 Das fährt jetzt los, aber ob es sicher ankommt, das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge Würde ich sagen Reinverstanden Was sagt der Rest der Truppe? Dann bin ich auch damit einverstanden Äh, kannst du machen, kannst du machen, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht Ja, wunderbar Ähm, vielleicht war es eine Anspielung darauf, dass die erste Folge zeitlich durch ist, Darkman Aber nur vielleicht Haha, ich hab's, oh Gott, ich hab's selber vorgeschlagen und hab's nicht in meinem Chef Dreckler, ne, was machst du? Liest du nebenbei, oder? Ja, ich gucke YouTube-Videos Ja, 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 genau, genau, ich gucke YouTube-Videos von Dr. Wolfs Herz nebenbei Ich weiß nicht, ob den einer kennt, wahrscheinlich nicht, ist so ein komischer, ja egal Das ist echt ein komischer Typ, ja Also, äh, tschüss oder was? Genau, schönen Tag noch, tschau Bis dann